so ein herzliches willkommen auf meinem youtube-kanal ja genau heute geht es mit der folge weiter folge 2 hatte ich euch ja versprochen genau die farme heute dann fahren wir mal genau das sind jetzt noch 177 km ich bin ein bisschen auch noch privat gefahren weil ich da noch was ausprobieren wollte aber jetzt geht das und jetzt kann wir weiterfahren genau weil ich halt auf 30 fps aufnehmen deshalb nur dass ihr das schon mal im hinterkopf habt und ja werden wir mal ich bin ein bisschen Ich habe jetzt noch viel zu erzählen, aber morgen wird das Video wahrscheinlich Freitag kommen, dann noch ein Komplex, wo ich dann keine Zeit habe und so, dass ich das wahrscheinlich schon wollte, dass ich das sehen möchte. Schauen wir mal, dass das da kein Lob geben soll, wie gesagt, damit wird. Wenn etwas kommt, dann wird es irgendwie vorbleibend sein, unter Hände 22. Ich habe jetzt schon eine gute Zeit, aber es ist eine gute Zeit, das ist eine gute Zeit, das ist eine gute Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, irgendwelche Leute mal Interesse haben, um hier nachzufahren, geht an. Wenn ich das Video hochgeladen habe, dann bleibe ich mal auf die Beschreibung im Discord, dass ihr da reinkommen könnt. Und dann kann man ja in den Chat gehen. Und, jo. Da könnte auch ein bisschen mehr gehen. Wie ich persönlich heiße, schreibe ich auch noch mal rein. Das ist mein Discord. Dann könnt ihr auch Freunde Anfragen schicken, für die Leute, die da auf der Straße haben, für LS, für ETS oder LS22, wie ich auch. Oder Fortnite. Ein weiteres Video, ich freue mich dann auch noch. Weil ich soweit Leute, mit denen man gute Videos machen kann, dass man gute Unterhaltung bekommt. Wer da so ein Hinterzer hat, kann man sich gerne machen. Oder auch einfach in die Kommentare schreiben. Das ist wieder hochgeladen. 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 definitely going. Endlich. Es wird drauf. Das industry Kun. Ich weiß nicht, was hab ich auf alle anderen Fälle. Und das kann man vorsichtig den Filmskorren. Die revektivarm hoverwär. Не путest beim Valering. Deswegen Cheek sind einfach davon damit. Ich habe gesagt, nur weil ich unpünktlich bin oder nicht pünktlich bin, dann hier noch so eine hässliche Musik einfach zu spielen zu lassen. Finde ich auch richtig äcklich. Also der ist hier ein bisschen zauberählter Mensch. Ich dann höre schon der Roche. Bleib mal schön, wenn dein Wohnwagen erholt. Also dem mag ich diese Musik. Und dem geht die SP-Läden. Und wenn du es noch mal rein tun darfst du nicht. Dann habe ich da eine Lizenz hier. Würde ich gerne anführen. Aber das ist da noch nicht. Aber du wirst da gehen. Leider, leider. Das ist schon eine Gange. Das ist dann eine Laufung. Der ist die Werbung. Und der ist das. Drei. Das ist wirklich sehr schön. Dann wird das. Das wird den W бесchenken. Das ist der Wälder zu sein. Das wird dann wiederholen. Das ist das. Musik Die Moment ist aber auch bedürftig. Musik Was ist das denn? Junge! Hey, der Engerbinder hat keinen Bock mehr zu fahren. Oh, das haue ich heute auf. Ja, das ist auch so eine Engelkurve hier. Das ist nicht schön. Boah. Viel mehr rauszufahren, das ist echt schon eine Herausforderung. Aber wir sind so wohl wieder. Ich fährst hier nicht Gefühl in 20. Ah, hier fährt doch wieder. Gefühl war das so. Ja, Ampel, jetzt fahr ich rüber. Was ist denn mit dem Motor oder sowas? Ja, das ist auch. Was ist denn mit dem Motor? Ja, da kannst du jetzt mal stehen bleiben. Musik Musik Ich bin nicht so klein wie ein Auto. Der LKW hat schon eine gewisse Länge. Gut, dann sind wir jetzt da und ja, genau. Dann würde ich sagen, äh, warte mal. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und jo, das war die Folge 2 gewesen. Gut, dann hören wir uns und sehen uns dann bei Fortnite. Genau, bis dann, ciao. Lasst gerne ein Like da, ein Abo oder einen netten Kommentar. Ciao.